So, leider hat es doch noch nicht ganz gereicht, aber wir sind fast drüben. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich dann nachher hier nochmal einfach eine Abzweigung bis darüber machen soll. Oder die Brücke von woanders laufen lassen soll, weil hier möchte ich eigentlich keine drüber spannen, weil da unser Wasserfall kommt. Hm, was sagt denn hier dazu? Auch geil, der Schnee auf dem heißen Ofen schmilzt halt einfach nicht, kann man auch mal so machen. Haben wir jetzt eigentlich die ganze Kohle, die wir gesammelt haben, in die vier Öfen rein gebuddert, nicht zu fassen. Hm. Ich glaube, diese Richtung, da müssen wir nachher mal wandern, weil wir eventuell jetzt endlich mal Sand brauchen. Ein paar Frässalien brauchen wir dann langsam, aber sicher auch noch. Gehen wir ins Bett? Willst du gut? Ja. Super. Ich muss eh erst darüber latschen, ohne zu sterben. Au. 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 Na, schmilzt leider beide Betten in deinem Haus. Ach, die, ehrlich. Ech. Wieso hat sich das jetzt gerade angehört, als ob hier ein Zug vorbeigefahren wäre? Haha, durchs Fenster gebettet. Guten Morgen. 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 so dann wandern wir doch direkt mal in diese richtung hier weiter habe ich dann eine axt dabei habe ich die jetzt schon wieder vergessen eine axt hat er natürlich nicht dabei und eisen hat er auch keins dabei egal gehen wir ohne eisen und ohne axt auf die jagd nach weiß ich nicht was Hilfe Skelettrohrn Hilfe Endermänner okay das ist halt das nervige an so einer welt wie die hier dass man halt einfach mal vor einer mauer steht ja wie viele so unter dinger gibt es denn hier schon wieder so eine unter Mauer überhängen Dingsbums ich komme nicht auf den Namen komische welt komische welt weiß nicht wenn ja hast kostenlose lamas also ja 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 Vielen Dank. Schon wieder bald am Verhungern. Aber so viele überirdische Kohle, die kann ich leid. Es tut mir leid, Leute, ich kann die nicht einfach so liegen lassen. Das widerstrebt mir. Ich muss die mitnehmen. Das wäre Verschwendung. Hier ist alles voll, hier ist alles voll. Das bringt meinen Plan wieder völlig durcheinander. Ihr habt ja gesehen, wie schnell die Kohle immer gleich wieder weg ist. Da kann man jedes Stück gebrauchen. Ich werde gerade übelst ins Team zugeballert. CS, CS, CS. Noch mehr Kohlereserven. Ich muss jetzt dran vorbeigehen. Oh, da ist ein Dorf. Das ist ein bestimmtes Dorf, in dem du ausschauen warst. Wahrscheinlich. In der Nähe von der schwarzen Brüllen. Ähm, ja. Sag mal, dass man keine Lust hat. Welche Jaunten, ist das so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Habe ich hier etwa einen Strand gefunden? Kann ich hier etwa ein bisschen? Ja, genau. Sand klauen. Mal schauen. Da ist eine kleine Sandinsel. Das ist ja perfekt. Genau nach sowas habe ich gesucht. Okay. 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 Ich bin gleich da. So, jetzt heißt es erstmal Sand fahren. Ganz viel, bis das Inventar voll ist. Okay. 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 Vielen Dank. So, keine Panik, ich mache jetzt nicht ewig mit der Handverkloppung weiter, weil ich habe hier auch schon einen Plan. Nur noch diese obere Lage hier wegmachen. So, kurz alles einsammeln. Das war jetzt nicht so ganz wie geplant mein Plan. Ich dachte, ich komme eigentlich tiefer rein. So, ich mache jetzt hier. So, ich kann mir eins bauen. Habe ich die scheiß Crafting Box jetzt schon wieder nicht mitgenommen. Das ist doch kaum zu fassen. So, ich bin drin. Sorry, falls ich dich abgeworfen habe. So, schnell ist die Nacht vorbei, Kinders. Weiter geht's. So, ich bin drin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Seit wann tauchen Skeletoren? Vielen Dank.